Ja, jetzt willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wird schon wieder kalt draußen, die Blätter fallen, es ist Herbst. Und im Herbst gibt es so verrückte Sachen wie zum Beispiel Halloween und da schnitzt man ja mal einen Kürbis. Und der verrückte Laden namens Netto, hoffentlich kriegt jetzt keinen Ehre, verkauft Schnittszeug für Kürbisse. Und zwar sieht das dann so aus und dazu verkauft dieser verrückte Supermarkt auch noch Halloween-Kürbisse. Und genau, also dieses Schnittszeug, jetzt muss ich lügen, 9 Euro in etwa hat es gekostet. Also nicht ganz 9,08 Euro, noch was. Ja, ganz verrückte Teile, 26 Stück. Und genau, das wollen wir jetzt mal testen und packen wir jetzt eben mal aus. Und nach dem Intro geht es weiter. Achso, Kürbisschnittset. Jetzt bin ich natürlich wieder so aufgeregt. So, hier hinten steht nochmal drauf, ne, auf der Rückseite steht drauf, was da alle drin ist und das gucken wir uns jetzt mal eins hier noch an. Und zwar ist da drin ein Kürbislöffel, zwei Kürbissägen, zwei Dekospinnen. Ja, eins, zwei, acht selbstleuchtende Zähne. Ja, so. Drei verschiedene Varianten davon. Sechs Vorlagen. Achso, hier sind die sechs Vorlagen, ja. So sehen sie aus dann. Ja, das wäre eine Vorlage, ja, ein Geist. Das fragt mich aber nur, ob wir diese komischen lustigen Teile hier sind. Und also, das sind sieben Schablonen, die man einfach auf den Kürbis übertragen kann und dann sich selber was ausdenken kann. So und dann hat man hier hinten noch eine Beschreibung, wie man denn am besten vorgeht, um so einen Kürbis zu schnitzen. Und genau, das machen wir jetzt mal und dann gucken wir mal, wie cool das denn funktioniert. So Leute, die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Als allererstes müssen wir den Freund aushöhlen. Die höhlt man den aus, ihn mal hier oben abschneiden. Das ganze Zeug, was drin ist, rausholen. Ungefähr so zwei Zentimeter von einer Schale sollen übrig bleiben, damit man hier zum Beispiel auch noch so einen Zahnrind stecken kann. Oder ein bisschen querschneiden, sodass man halt so einen Übergang hat zwischen hell und dunkel. Und wenn ihr jetzt hier reinschneidet, dann möglichst nicht so, weil sonst fällt der Deckel einfach rein, wenn er den dann wieder rufsetzen will. Sondern halt so. Ich weiß es halt logisch, ich erklär es trotzdem. Und noch eine Idee, schneidet irgendwo eine Kante rennen, damit ihr immer ganz genau wisst, wie ihr den perfekt rufsetzen könnt. Damit ihr immer einen Anhaltspunkt habt. Ach so, so muss ich den rufpacken. Okay. Das machen wir jetzt eben mal. Also eben mal ausschneiden, eben mal aushöhlen. Und dann suchen wir uns auch schon eine Schablone aus. Wie gesagt, eben mal den Deckel hier abgeschnitten mit schräg, sodass er hier nicht reinfallen kann. Und wie gesagt habe, nicht rund ausschneiden, sondern so eckig. Damit er hier, damit ich ganz genau wisst, aha, so passt er genau ruf. Na, ich kann jetzt unmöglich so rufpacken. Also kann ich schon, aber sieht halt doof aus. So, ja, wunderbar. So, und ausgewühlt. Hat sich echt gut machen lassen. Hier so ein bisschen Fussel. Das gibt ein Problem, wenn er denn da eine Kerze drin packt, dann sind die Fussels auch ganz schnell weg. Ich habe das große Messer genommen. Hat sich echt gut gemacht, dadurch, dass es so gerüffelt ist. Wie eine Säge. Ja, gerüffelt. Und der Löffel ist auch echt durchdacht. Dadurch, dass man hier so eine Kanten hat, konnte man da so richtig eben mal am Rand langschaben. So, jetzt. Jetzt kommt der erste Spannende. Das war ja, was ist die Vorbereitung. Ja, ich habe mich für total langweilig den entschieden. Weil ich möchte da diese Zähne möchte ich da mit einbauen. Und das geht bei den anderen Vorlagen nicht so gut. Genau. So, also ich schneide es jetzt eben mal aus hier. Mit was Schwarzes wird ausgeschnitten. Und dann übertrage ich es auf den Kürbis, so wie es hier unten abgebildet ist. So, ich habe die Schablonne jetzt ausgeschnitten und auf den Kürbis draufgeklebt. Das ist irgendwie nicht so cool. Vielleicht ist der Kürbis auch zu clean, den ich genommen habe. Aber jetzt müssen wir halt versuchen hier alles so ein bisschen ordnungsgemäß hier eben mal nachzeichnen. So alles. Also die Nase wird auf jeden Fall cool. Aber mit dem Mund hier, also man kann ja hier schon sehen, das wird ein bisschen höher. Und hier bei den Augen, da werde ich hier in den Deckel mit drin sägen. Ja genau, also eben mal nachzeichnen. So eben mal nachgezeichnet. Wie sollte auch anders sein? Zwischendurch hat mein Stift aufgegeben. Ich empfehle euch einen relativ dicken Stift zu nehmen. Dann braucht ihr das eben mal nachzeichnen. Da müsste auch nicht so genau sein. Die genauen Sachen, also die feinen Sachen, die kommen dann später noch. So, wenn wir das dann eben mal nachzeichnet haben, so ungefähr, ist ja auch nur eine Schablone. Das darf man hier so eng sehen. Man könnte jetzt natürlich schon mal rummeckern. Das Ding ist viel zu groß, der Kürbis ist viel zu klein und alles doof. Nee, nee, das ist nur Pi mal Daumen eine Hilfe. Ihr müsstet ja auch nicht nehmen. Ihr könnt ja einfach, wie ihr Bock habt, ein Gesichtchen malen und dann ist das auch drauf. So sieht das jetzt aus. Jetzt schneiden wir das eben mal aus. Im Prinzip könnte man jetzt schon sagen, fertig, gut ist, was sollt. Aber wir machen das jetzt noch ein bisschen schöner. Eben mal werden wir hier die Zähne, hier werden wir ein Stückchen Haut wegnehmen vom Zahn, sodass es aussieht wie ein Zahn. Dann packen wir diese Zähne, die da mit bei waren, die packen wir hier noch mit drin. Und wir umranden eben mal, alles was ausgeschnitten ist, wird eben mal so umrandet, damit man hier auch diesen, äh, meinen schönen Strich nicht mehr sieht, ja. Meinen schönen Kugelschreiber, beziehungsweise Filzstift-Strich. Genau, dann machen wir den jetzt mal ein bisschen schöner. Zack, und äh, schon ist er fertig. Äh, so sieht er aus, wenn dann auch die Kerze drin ist und eben mal alles umrandet und die Zähne sind drin. Ähm, ich nehme mal an, wenn er dunkel ist, sieht er mit den Zähnen noch viel geiler aus. Die sollten eigentlich leuchten, ähm, werden wir erst in der Nacht sehen können. So sieht er jetzt normal aus, ohne Licht. Der Set ist eigentlich ganz geil. Kann ich gar nicht meckern, die Schablonen sind okay. Der Löffel hat mich überrascht und die Benen, äh, Messer haben mich überrascht. Richtig gut. Kann ich gar nicht meckern, meckern. Ich hab ja nichts anderes genommen, um den hier zu machen. Für den Preis, ähm, hat es sich doch, äh, tatsächlich gelohnt. Ähm, ich sag mal, äh, 5 von 5 Sterne für dieses, ähm, 24, jetzt muss ich lügen, Kürbisschnittset von Netto. Also, und das haben wir jetzt hier unten in der Beschreibung, ist natürlich auch wieder, äh, sind natürlich auch wieder einzigelle Sachen zu sehen. Ähm, im nächsten Video werde ich wieder irgendwas neu testen, mal schauen. Ich hab bei Amazon schon mal was bestellt, äh, was teurer ist, als diese 8 Euro, 9 Euro, die man hier bei Netto bezahlt. Und dann wollen wir mal sehen, äh, ich meine, da ist ja wohl nur Luft nach oben, oder? Jetzt das Wichtigste. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, schreibt einen kleinen Kommentar und teilt dieses Video. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert diesen Kanal. Teilt dieses Video und schreibt einen coolen Kommentar. Also Leute, abonniert den Kanal, damit ihr hier kein, äh, weiteres cooles Video verpasst. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017